Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Nach fast 70 Project Mindset-Folgen, ja, so lange gibt es Project Mindset schon, wurde es für mich Zeit, so ein bisschen den Content bzw. die Inhalte des Project Mindset-Podcasts zu erweitern. Was ich damit meine? Also ich werde definitiv weiterhin natürlich regelmäßig und häufig und auch sehr häufig sogar über das Thema Mindset sprechen, denn ich bin der völligen Überzeugung, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist, aber ich denke, es ist genauso wichtig, auch über die Themen Ernährung und körperliche Fitness zu sprechen. Meistens geht nämlich das Thema Mindset Hand in Hand mit Ernährung und körperlicher Fitness. Warum ich das glaube? Ich habe da zwei ganz einfache Beispiele. Ich gehe regelmäßig gerne Sport machen, es gibt aber natürlich auch Tage, wo ich nicht so Lust habe, Sport zu machen. Ich glaube, wir alle kennen das. Es gibt Tage, wo man einfach sagt, es ist einfach zu Hause zu bleiben, vor dem Fernsehen zu chillen, so ein bisschen einfach zu entspannen, anstatt jetzt dann nochmal abends seine Sachen zu packen, aufzustehen, auch nur beim schlechten Wetter irgendwie in den Sport zu gehen. Es gibt so Tage. Ich weiß dann ganz genau, wenn ich es einfach nur schaffe an solchen Tagen, dass mein Körper voranschreitet und dann irgendwie mit dem Sport irgendwie es schafft anzufangen, dass mein Geist dann irgendwann nachzieht, mir die Trainingseinheit auch Spaß macht und ich mich sicherlich gut danach fühle. Ich kann mich bestimmt an gar keine einzige Sporteinheit erinnern, wo ich danach gesagt habe, boah, nee, hätte ich mal bloß heute nichts getan. Also es ist immer im Gegenteil der Fall. Es war immer gut, auch wenn ich gar keine Lust hatte, dass irgendwie mein Körper vorangeschritten ist, ich dann doch Sport gemacht habe und mich danach einfach gut gefühlt habe. Genauso verhält es sich auch mit dem Thema Ernährung. Es ist natürlich in der heutigen Zeit super einfach und super günstig leider auch, sich ungesund zu ernähren. Die Kartoffelchipstüte ist nicht weit weg. Der Backofen hat relativ schnell meine Fertigpizza fertig und das ist am Ende auch noch alles super günstig. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was es bedeutet, dass alles seinen Preis hat. Natürlich kann ich mich erstmal kurzfristig nicht gut ernähren, aber langfristig kriege ich natürlich die Rechnung von meinem Körper in irgendeiner Form. Dass man sich einfach eben nicht gut fühlt. Daher war es für mich klar, dass wann immer ich jetzt mal so eine Phase hatte, wo ich mich ungesund ernährt hatte, dann irgendwie umgeswitcht bin, wieder auf gesunde Ernährung, dass mein Körper sich gut gefühlt hat und ich in allen anderen Bereichen meines Lebens auch besser performt habe zum Beispiel. Mich einfach besser gefühlt habe und schlussendlich ist es sogar auch so, ich als Vater möchte auch für meine Kinder immer positiv und stark und gesund da sein, dass das natürlich auch eine Vorbildsfunktion hat. Je besser ich mich fühle körperlich, desto besser kann ich diese Good Vibes oder Good Vibrations auch weitergeben. Ich habe mich dann vor einiger Zeit nochmal intensiver mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, bin dann zufälligerweise auf ein Buch gestoßen von Herrn Prof. Dr. Wink, Food Upgrade heißt das. Er lehrt an der Universität Heidelberg smarte Ernährung mit Vitalstoffen. Das hat sich für mich interessant angehört, habe mir das Buch angelesen und habe dann gedacht, mit Herrn Prof. Dr. Wink möchte ich mal sprechen. Und so ist es auch geschehen. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm über eines der für mich sehr interessanten Themen zu sprechen in diesem Ernährungsbereich, und zwar Antioxidantien. Ich hatte hier und da mal davon gehört gehabt, ja, es ist ganz gut gegen Entzündungen, gegen Schmerzen und so weiter, weil ab und zu, vielleicht kennt ihr das, kleine Bewehrchen, Knieschmerzen ein bisschen, da hat man so ein bisschen Probleme und Antioxidantien sollen da ganz gut helfen. Ich habe das nie ganz verstanden, warum das überhaupt so ist, aber Herr Prof. Dr. Wink konnte mir das ganz gut erklären. Ich möchte jetzt auch nicht mehr lange drumherum reden. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Podcast. Herr Prof. Dr. Wink, vielen Dank für Ihre Zeit heute und herzlich willkommen im Project Mindset Podcast. Ja, herzlichen Dank. Ich bin gerne dabei. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich habe mich nämlich vor einiger Zeit in das Thema Ernährung ein bisschen mehr einarbeiten wollen, denn ich denke, zum Mindset-Thema gehört definitiv auch das Thema Ernährung, wie man sich ernährt, welche Nährstoffe man zu sich nimmt, Vitalstoffe man zu sich nimmt und da bin ich auf ein Buch von Ihnen gestoßen, Food Upgrade, smarte Ernährung und Vitalstoffe und da standen super interessante Dinge drin, unter anderem auch zu dem Thema Antioxidantien, was ich komplett unterschätzt habe und ich habe mir einfach mal gedacht, ich schreibe Sie an und frage Sie höflichst, ob Sie Zeit haben. Deswegen freut es mich sehr, dass Sie auch sich Zeit nehmen, um über gewisse sehr interessante, aber auch wichtige Themen zu sprechen. Bevor wir auch da tiefer einsteigen zu dem Thema Antioxidantien, ich habe etwas gefunden in Ihrem Buch, das war mir als Konsument, sage ich jetzt mal, gar nicht so bewusst, dass der Nährstoffgehalt unserer Nahrung in den letzten Jahren wirklich drastisch gesunken ist. Also Sie haben ein Beispiel aufgeführt, 100 Gramm Brokkoli enthielt 1985 47 Milligramm Folsäure, zehn Jahre später waren es knapp die Hälfte. Also ich sage jetzt mal, für mich als Laien war das jetzt komplett überraschend. Wie kommt das eigentlich dazu, dass sowas passiert aktuell? Gut, diese Ausgabe ist natürlich sehr allgemein gehalten. Für frisches Gemüse gilt es im Wesentlichen nicht. Dagegen das meiste Gemüse, was wir kaufen, liegt ja schon zehn Tage irgendwo in einer Lieferkette oder im Supermarkt. Und in der Zeit werden natürlich sehr viele Sekundärstoffe, die in Pflanzen drin sind, abgebaut. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, Pflanzen werden häufig gezüchtet auf schnelles Wachstum, möglich viel Masse. Und bei dem Prozess werden auch weniger Sekundärstoffe gebildet, als wenn die Pflanzen langsam wachsen. Also es sind mehrere Prozesse, die dazu führen, dass in der Tat heute der Gehalt an Antioxidantien oder an anderen Sekundärstoffen in unseren Nahrungsmitteln reduziert ist. Heißt das dann eigentlich auch im Umkehrschluss, dass ich jetzt mehr essen muss als früher, also Gemüse und Obst? Nein, andersrum. Man sollte bewusst seine Nahrung auswählen. Auf Qualität kommt es an. Das heißt, wenn Sie nach wie vor das Gemüse bei Ihrem Bauern um die Ecke kaufen, der wahrscheinlich nicht in Massenproduktion ist, haben Sie sehr wahrscheinlich frisches Gemüse, keine langen Lagerwege und das Zeug ist auch gut. Also unsere Aussage ist im Wesentlichen Supermarkt-Food, was eben schon ganz lange unterwegs ist und schon lange gelagert ist. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt auch da frische Sorten, frische Varianten. Aber im Großen und Ganzen ist es, je länger Gemüse liegt, desto weniger Inhaltsstoffe sind vorhanden. Okay. Kommen wir nun zu dem Teil, wo es vielleicht ein bisschen komplizierter wäre, zu den Definitionen, damit ich auch weiß, wovon wir eigentlich sprechen. Wir haben schon Antioxidantien gesagt, wir haben Sekundärstoffe gesagt. Können Sie bitte kurz darauf eingehen? Erstmal vielleicht, was sind Sekundärstoffe und wie hängt das mit? Ja, klar. Sekundärstoffe ist ein Begriff, den wir in der Wissenschaft benutzen, mit dem kein Mensch was anfangen kann. Denn er ist ja nicht wertend gesehen. Also grundsätzlich ist es so, alle Pflanzen produzieren Primärstoffe. Das sind also Inhaltsstoffe wie Zucker, Fettsäuren, Nukleotide, die eine Pflanze braucht zum Leben. Also wie jede Zelle auch. Und dann haben Pflanzen ein weiteres Element, das mit ihrer Lebensbedingung zu tun hat. Pflanzen können nicht weglaufen, wenn sie angegriffen werden durch Pflanzenfresser. Und Pflanzen haben kein Immunsystem, wenn es darum geht, sich gegen Bakterien, Pilze und Viren zu schützen. Denn die gibt es in der Natur auch. Und Pflanzen haben in 500 Jahren Evolution einen anderen Weg gewählt, indem sie biologisch aktive Naturstoffe bilden. Und diese Naturstoffe nennen wir Sekundärstoffe. Also das ist dahinter. Also das heißt, wir reden über eine Wirkstoffgruppe, die evolutionär entstanden ist. Das heißt, die ist schon durch ganz viele Screenings gelaufen. Und das, was wir heute haben, ist das Ergebnis eines evolutionären Screenings. Das heißt also, das, was wir vorfinden, ist meistens biologisch aktiv. Und innerhalb dieser großen Gruppe von Sekundärstoffen haben wir Gifte, wir haben Substanzen, die das Nervensystem aktivieren, das Herz aktivieren. Und Leber haben wir auch einige, die als Antioxidantien funktionell wirksam sind. Darf ich ganz kurz nochmal nachfragen? Also Abwehrstoffe hört sich ja erstmal ein bisschen gefährlich an. Das ist für die Pflanze eine Frage von Überleben. Denn es gibt natürlich sehr viele Tiere und die Tiere sind heterotroph. Das heißt, die brauchen organische Materie zum Leben. Das heißt, die müssen Pflanzen fressen. Und Pflanzen wollen natürlich überleben, wie alles andere auch, und setzen tatsächlich auf Abwehrstoffe auf. Das sind manchmal Substanzen, die nur schlecht riechen, manchmal auch nur schlecht schmecken, zum Beispiel bitter sind oder scharf schmecken. Und einige sind auch richtig toxisch. Und wir Menschen kennen das Thema natürlich und haben im Zuge der Menschheitswerdung Pflanzen gesucht, die wir essen können. Und von den 400.000 Pflanzenarten, die es gibt, hat die Menschheit vielleicht ein paar Hundert überhaupt in Nutzung genommen, nehmen können. Weil alles andere ist viel zu giftig oder es enthält nicht genug Nährstoffe. Das heißt also, wir haben uns das ausgewählt, wo Substanzen drin sind, mit denen wir umgehen können. Also grundsätzlich ist tatsächlich draußen in der Natur ein Kampf aufs Überleben. Nur sehen wir das nicht. Und die Pflanzen, die wir so im Garten haben, das meiste sind Giftpflanzen. Und die überleben nur deshalb wunderschön in unserem Garten, weil sie natürlicherweise geschützt sind. Und jetzt muss man wissen, viele unserer Nahrungspflanzen, die haben wir als Pflanzenzüchter dahingegen verändert, dass die bitteren, scharfen Inlandstoffe weggezüchtet worden sind. Mit dem Effekt ist, dass unsere Kulturpflanzen anfällig sind. Und das erlebt man draußen in der Landwirtschaft, über die wir uns ärgern. Es müssen jetzt neue Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden gegen die Pilze, gegen die Insekten. Ursprünglicherweise waren die Pflanzen resistent. Und das gilt auch für unsere Kulturpflanzen. Nur wir haben sie letztendlich so modifiziert, dass wir sie essen können, aber wir haben gleichzeitig auch die Feinde eingeladen. Das ist so das Dilemma, vor dem wir heute stehen. Also kommt das dann zustande? Also als ich das dann zum ersten Mal so einigermaßen verstanden hatte, okay, es sind Abwehrstoffe, aber gewisse Stoffe tun uns auch gut. Und da kommen wir gleich zum Thema Antioxidantien. Die andere Seite der Medaille, ich habe gesagt, die Natur hat Wirkstoffe entwickelt. Wirkstoffe gegen Tiere, Wirkstoffe gegen Bakterien. Also man kann leicht erkennen, dass Wirkstoffe, die gegen Viren oder Bakterien wirken, auch interessant sind für uns, für menschliche Gesundheit, also für Infektionen. Wie sieht es mit den anderen Substanzen aus, die im Tier wirksam sind, zum Beispiel an Ionenkanäle gehen oder Neurorezeptoren aktivieren oder Enzyme inaktivieren oder DNA? Da kann es unter Umständen Substanzen geben, die in der richtigen Dosis in einem Krankheitsgeschehen interessant sind. Aber da ist auch von vorne weg zu sagen, die Dosis ist immer entscheidend bei synthetischen Wirkstoffen, aber auch bei Pflanzien Wirkstoffen. Also in hohen Mengen sind auch gesunde Pflanzeninhaltsstoffe meistens giftig. Also das vergisst man manchmal. Dass das also eine Frage der Empirie ist, welche Konzentrationen, welche Mengen uns gut tun. Da werden wir garantiert später nochmal darauf zurückkommen, wenn es um die Menge an Antioxidantien geht, die wir zu uns nehmen sollten. Genau, Sie haben schon das Stichwort gesagt, Antioxidantien. Warum sind diese relevant für uns? Gut, zunächst einmal müssen wir wissen, wogegen brauchen wir Antioxidantien. Also da reden wir über die sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies oder Sauerstoffradikale. Also Sauerstoff ist das häufigste Gas in unserer Umgebung oder einer der häufigen Gase. Und Sauerstoff ist normalerweise etwas, was wir für die Atmung brauchen. Aber Sauerstoff kann innerhalb des Atmungsprozesses in den Mitochondrien aktiviert werden, zum Beispiel zu H2O, zu Wasserstoffperoxid. Und das ist eine ausgesprochen reaktive Spezies, Sauerstoffverbindung, die Proteine angreifen kann, Lipide angreifen kann, DNA angreifen kann. Und neben H2O2 gibt es auch noch Sauerstoffradikale, die besonders reaktiv sind. Also das ist quasi ein Nebenprodukt der zellulären Atmung, sind die Radikale. Der Körper setzt diese Radikale auch ein, zum Beispiel bei Infektionen, zur Bekämpfung von Bakterien, von Viren, aber auch von Tumorzellen, da setzt der Körper Radikale ein. Also freie Radikale sind nicht per Definition schlecht? Nein, nein. Der Körper braucht sie. Und für viele Funktionen, auch das Immunsystem und andere, werden sie benötigt. Also die Idee, die wäre nur schlecht, ist falsch. Nur ein Übermaß davon, das ist das Thema, wo es auch mit Antioxidantien losgeht, darüber müssen wir reden. Denn wir wissen, dass der Körper selbst hat ein Gleichgewicht von reaktiven Sauerstoffspezies. Hat nämlich zum Beispiel Superoxidismutase, das ist ein Enzym, was H2O2 über die Sauerstoffradikale entgiften kann. Dann hat die Katalase, die H2O2 entgiften kann und so weiter. Und es hat ein Antioxidant, das Glutation, was auch in der Lage ist, einen Überschuss der Radikale zu binden. Also normalerweise hat der Körper eine Möglichkeit, mit diesem Problem klarzukommen. Jetzt gibt es aber die Situation, dass wenn wir unter Stress sind, das kann also Rauchen sein, das kann Umweltstress sein, das kann Radiation sein, das können auch Krankheiten sein. Übermäßig, Sport, alles Mögliche, die führen dazu, dass vermehrt Sauerstoffradikale produziert werden. Und das ist dann das Thema, wo es anfängt, interessant zu werden. Denn ein Überschuss an Sauerstoffradikalen kann wichtige Makromoleküle in unserem Körper angreifen. Also sprich, die Lipide, die können oxidiert werden, Proteine können inaktiviert werden und vor allen Dingen die DNA, unsere Erbsubstanz kann oxidiert werden. Und das ist wahrscheinlich das allerwichtigste Thema. Wir wissen von der Molekularbiologie, dass es eine DNA-Basis ist, das Guanosin, das sehr leicht umgewandelt wird von Guanosin in 8-Oxoguanosin. Das hört sich harmlos an, aber es hat weitreichende Konsequenzen. In der DNA liegen ja die Basen gepaart vor Adenin mit Thymin und Guanosin mit Zytosin. Also die Basenpaarung, das ist das universell. Wenn jetzt Guanosin, was normalerweise mit Zytosin sich paart, umgewandelt wird in 8-Oxoguanosin, dann fahrt es nicht länger mit Zytosin, sondern mit Adenosin. Das heißt, in Konsequenz wird eine Base in der DNA ausgetauscht und das kann dazu führen, dass die Gene, die kodiert werden, plötzlich nicht mehr funktionieren oder falsch funktionieren. Und wenn da ganz viele von passieren, solche Umwandlungen, dann kann es auch zu genetisch bedingten Krankheiten kommen. Zum Beispiel Tumorbildung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alles Mögliche an Organfalschfunktionen. Also das wissen wir. Deshalb sind natürlich auch die Sauerstoffradikale oder der Sauerstoffstress oder der Stress an Sauerstoffradikalen, oxidative Stress, wird in Zusammenhang gebracht mit Krankheiten wie Krebs, wie Herz-Kreislauf und anderes mehr. Also das ist wichtig, das wird meistens so pauschal gesagt, Antioxidantien helfen gegen Krebs. Die Grundlage ist, sie wirken, sie inaktivieren die Sauerstoffradikale, sodass die nicht mehr DNA schädigen können. Also das muss man verstanden haben, dass es hier um DNA-Mutationen geht. Und ansonsten sind Mutationen natürlich gefürchtet. Wir versuchen, sie eigentlich über oder Mutationen auslösende Dinge überall zu vermeiden, in unseren Nahrungsmitteln, in unserer Umwelt, mit Chemikalien. Also das ist ganz wichtig. Aber hier haben wir eine Inherente, das macht das Ganze etwas so kompliziert, eine natürlich vorkommende Substanz, die mutagen ist. Ich versuche das mal für mich zusammenzufassen und Sie sagen mir bitte, ob ich da richtig liege oder nicht. Also in den Mitochondrien, ich weiß noch aus meiner Schulzeit, die Kraftwerke des Menschen quasi, die Zellkraftwerke. Da wird ATP gemacht, ja. Genau, da wird ATP gemacht, das weiß ich noch, genau. Da kann es durch Prozesse zu so einer Art oxidativen Stress kommen. Nein, es ist kein oxidativer Stress, sondern eigentlich H2O2 wird als Nebenprodukt eines oxidativen Prozesses. Denn Zellatmen ist ja eine Oxidation. Ja, ja. Und als Nebenprodukt entsteht H2O2 und es kann auch Sauerstoff-Fantikale entstehen. Genau. Und so, jetzt habe ich es richtig verstanden. Genau. Und jetzt kann durch Antioxidantien können gewisse schädliche Prozesse, die dadurch ausgelöst werden, sozusagen das Ganze wieder eingefangen werden. Gut, deshalb habe ich halt gesagt, es gibt natürliche Antioxidantien, wie Sputatio, aber auch natürlich Katalase als Enzyme, Superoxidispotase. Das sind die natürlichen. Und jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe mehr an Radikalfängern oder Antioxidantien, die in der Natur vorkommen, in Nahrungsmitteln vorkommen. Genau. Das berühmteste Antioxidant ist Vitamin C oder die Ascorbinsaure, die ja auch in ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln vorkommt, aber in auch vielen unserer Gemüse- und Obstsorten. Und überall, wo Vitamin C vorkommt, heißt, es ist besonders gesund. Und der Kranke ist, Vitamin C ist ein sehr potenter Radikalfinger. Jetzt habe ich in Ihrem Buch auch gelesen, dass man es zeitlich auch falsch sozusagen einplanen kann und vielleicht zu viel von einem gewissen Antioxidantien einnehmen kann und das sogar schädlich sein kann. Können Sie kurz darauf eingehen, bitte? Ja, vielleicht sollte ich es noch ein bisschen ausführen. Weil die natürlich, also die Antioxidantien in der Nahrung, die müssen natürlich erstmal in den Körper gelangen. Das heißt, sie müssen auch resorbiert werden, kommen Magen, Darm und müssen aufgenommen werden, über den Blut in die Organe verteilt werden. Und das gilt für einige Substanzen, aber nicht für alle. Auch da werden wir zum Beispiel beim Thema schwarzen Tee nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, und es muss eine ausreichende Menge erzeugt werden, um tatsächlich in alle unserer vielen, vielen Milliarden Zellen anzukommen, wo es oxidativen Stress gibt. Das sind zwei Dinge, damit Antioxidantien wirken können. Es muss eine ausreichende Menge da sein und sie müssen resorbierbar sein. Wir reden davon, dass sie bioverfügbar sein müssen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, können zu viel an Antioxidantien auch schaden? Und die Antwort heißt ja. Und zwar immer dann, wenn der Körper selbst reaktive Sauerstoffspezies einsetzt, um seine Funktionen zu ermitteln. Zum Beispiel Infektionen oder zum Beispiel der Tumortherapie. Denn die Wirkstoffe in einer Tumortherapie, also in der Chemotherapie, sind fast alles Prooxidantien. Also die wirken damit, indem sie durch oxidativen Stress Tumorzellen umbringen. So, wenn ich jetzt in dieser Phase, und das passiert bei Patienten, die sagen, oh jetzt haben sie die Diagnose Krebs, jetzt wollen sie ganz gesund leben, sich mit Antioxidantien vollstopfen, dann inaktivieren sie die Chemotherapie. Also das ist deshalb der Hinweis darauf aus der Medizin, es ist nicht immer sinnvoll, Antioxidantien zu nehmen. Oder auch wenn ich, also ich muss also gucken, wenn ich eine Therapie habe, ob die mit Prooxidantien arbeitet. Wenn ja, sind Antioxidantien nicht das Mittel der Wahl. Das ist super interessant. Das heißt, wenn ich gar nicht weiß, dass in mir etwas schlummert, könnte es sogar gefährlich sein? Nein, dann vielleicht, ja, vielleicht weniger. Aber im Großen und Ganzen ist es dazu in der Tat so, dass wir die Antioxidantien als präventive Maßnahme geben. Also gar nicht so im aktiven Krankheitsverlauf, sondern mehr präventiv. Und wenn man so die Maßgaben oder die Informationen vom Deutschen Krebsforschungszentrum, da heißt dann drin, esst Brokkoli oder esst viel Gemüse, viel Obst, zur Krebsprävention. Der Gedanke ist, es geht häufig um Antioxidantien, die eben im Vorfeld die Oxidation der DNA, sprich die Mutationen, verhindern sollen. Dagegen, wenn es einmal eingetreten ist, dann ist die Situation eine andere. Wie gesagt, dann kann es auch eine gegenteilige Reaktion ausführen. Genau, genau. Gerade mit dem Carotin-Beispiel aus Ihrem Buch, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, dass quasi zum falschen Zeitpunkt was Negatives bewegt werden kann. Carotinoide sind natürlich Antioxidantien per excellence. Wir kennen sie alle aus den Karotten, aus den Tomaten und aus vielen anderen Lebensmitteln auch. Die braucht der Körper. Einmal braucht die Carotinoide, das Vorstück von Vitamin A, letztendlich die Substanzen, die wir für den Sehvorgang benötigen. Aber sie sind auch Antioxidantien. Und auch da ist es wohl so, dass man zu viel davon auch nehmen kann. Aber jetzt ist das ein Sonderfall. Da gibt es eine Studie, die man in Finnland durchgeführt hat mit Rauchern, die gleichzeitig die Präparate mit Carotinoiden bekamen. Und stellte fest, die Raucher, die Carotinoide hatten, erlitten häufiger Tumorerkrankungen als andere. Ja, krass. Aber das ist etwas kompliziertes. Das liegt jetzt nicht an den Antioxidantien, sondern daran, dass die Carotinoide werden umgewandelt an eine Substanz, die heißt Retinolsäure. Und Retinolsäure wirkt auf die Genexpression. Das heißt, sie steuert, welche Gene aktiviert werden. Und gerade bei Tumor entstehen, werden viele Gene besonders reaktiv. Der Zusammenhalt liegt wahrscheinlich darin, dass wenn ich zu viel dann auch Retinolsäure habe und zusätzlich noch den Stress durch Nikotin und durch die Teerstoffe habe, dass dann Tumor und Gene leichter ausgelöst werden können. Also es ist nicht unmittelbar das Antioxidantien, sondern es hat etwas mit den Carotinoiden zu tun. Sie haben schon ein sehr gutes Stichwort gegeben, schwarzer Tee. Ich als Iraner, als Perser muss natürlich, also mir ist es in die Wiege gelegt worden, schon von klein auf schwarzen Tee zu trinken. Jetzt war ich mir beim Durchlesen Ihres Buches gar nicht mehr sicher, ob ich komplett switchen soll zum grünen Tee. Da sind natürlich auch relativ viele Antioxidantien drin, wenn es richtig zubereitet worden ist. Haben Sie einen Tipp für mich als Iraner? Was soll ich jetzt tun? Gleich was für gemeint ist, viel der Getränke, die wir zu uns nehmen, sei es Kaffee, Tee, Kakao, Mate, sind alles Tees, die reich an Antioxidantien sind. Und wahrscheinlich eine der Gründe, warum man sagt, Tee trinken, Kaffee trinken, Kakao trinken ist gesund, liegt, dass wir täglich, und das ist entscheidend, täglich unsere Dosis Antioxidantien zu uns nehmen. Und dann gibt es natürlich bei Tee, Kaffee, Kakao noch die zusätzlichen Inhaltsstoffe, das Koffein und andere aktivierende Sachen, die letztendlich auch noch unsere Stimmung heben, unsere Energie verbessern. Das sind ja auch Sekundärstoffe, die wir haben. Das sind auch Sekundärstoffe. Das ist also die grundsätzliche Basis. Und der grüne Tee, oder überhaupt der Tee, ist ja einer der ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Und der in Asien entwickelt worden ist, und man hat relativ früh gemerkt, Tee trinken hat einmal eine belebende Wirkung, man wird nicht so leicht müde, man kann länger arbeiten. Zum anderen aber auch wohl indirekt gesehen, diejenigen, die regelmäßig Tee trinken, werden weniger krank und leben länger. Und das kann man so epidemiologisch zeigen. Also die Teetrinkerländer, insbesondere die grünen Tee trinken, ist die Lebenserwartung höher als in anderen Gegnern. Ich vermute, Japan ist ja ein klassisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel. Nun ist natürlich der Lebensstil der Japaner in vielen Stellen anders. Das heißt, es kann am Teetrinken liegen, aber es kann auch an der ganzen Lebensumgebung liegen. Aber dennoch, es gibt einen guten Hinweis darauf, dass es tatsächlich mit dem Teetrinken zu tun hat. Denn der Tee hat Gerbstoffe, und das sind potenzielle Antioxidantien. Also neben dem Vitamin C, den Carotinoin, die wir hatten, sind es die Gerbstoffe, die Polyphenole, die in vielen Pflanzen vorkommen, die sehr, sehr starke Antioxidantien sind. Das gilt für den grünen Tee auch. Da gibt es Substanzen, die heißen wie Epigallocatechin-Galat, EPGC. Also das ist die Standardsubstanz, die darin vorkommt. Und die in allen Testsystemen, wir haben selbst darüber mal zissenschaftlich gearbeitet, ausgesprochen gut wirkt. Sie wird nämlich auch resorbiert. Das heißt, die kommt nicht nur im Magen-Darm-Trakt, sondern wird aufgenommen in das Blut und wird damit im ganzen Körper verteilt. Das ist also wichtig, es kommt überall an. Und das EGCG wirkt als Antioxidant, beeinflusst aber auch die Gene, die die Langlebigkeit regulieren. Und wie wir auch wissen, ist offenbar an Krankheitsprozessen, wie neurodegenerativen Krankheiten eine positive Wirkung. Also deshalb sind Tee wahrscheinlich so ein Zaubermittel. Das ist der grüne Tee. Das heißt, im grünen Tee ist ja so, dass die Blätter nach der Ernte erhitzt werden, sodass keine oxidativen Prozesse stattfinden können. Lasse ich den Tee liegen, dann fangen an, die Polyphenole zu autoxidieren. Das heißt, die machen Komplexe. Und das ist das, was im schwarzen Tee eintritt. Also das EGCG macht dann plötzlich große Polymere. Das sind immer noch Antioxidantien, aber sie werden nicht mehr resorbiert. Das heißt, die bleiben im Magen-Darm-Trakt, insbesondere im Darm-Trakt-Sitz. Damit sind sie nicht innerlich oder weniger innerlich verfügbar als beim grünen Tee. Aber natürlich auch im Darm selbst haben wir eine Menge oxidative Prozesse, die gehemmt werden können. Oder wir haben Durchfallerkrankungen. All diese Prozesse, da hilft schwarzer Tee hervorragend. Denn er ist auch antiviral. Das ist auch ein wichtiges Thema. Das gilt auch für die Polymere. Er ist antibakteriell. Also insgesamt für Entzündungsprozesse, Infektionsprozesse im Magen-Darm-Trakt wird es der schwarze Tee auch tun. Okay. Aber der grüne auch. Okay, gut zu wissen. Aber der Unterschied ist tatsächlich so, für die innere Aufnahme, für die Bioverfügbarkeit ist der grüne Tee besser. Okay. Also ich muss nicht unbedingt wechseln, aber durch mein Grün-Tee. Ich meine, ich bin selbst viel in Asien unterwegs gewesen und in China. Und in China trinkt man grünen Tee von morgens bis abends. Und in China schmeckt mir der grüne Tee auch. Und ich habe jedes Mal von meinen chinesischen Freunden große Pakete grünen Tee mitgenommen. Und wenn ich das dann hier in Deutschland mache, nach einer Woche spätestens schmeckt er mir nicht mehr. Interessant. Interessant, ja. Ich kann am Wasser liegen, an der Herstellung, das war wie vielleicht eine Umgebung. Denn es schmeckt natürlich auch bitter. Und wir haben so ein gewisses, aber wir finden bittere Substanzen nicht in jedem Falle positiv. Also bei uns Iranern, das kann ich gerade von meiner Mutter tun, sie tut gerne auch Rosenwasser rein. Ja. Das finde ich auch immer sehr interessant. Das ist sicher zum Aromatisieren. Genau, genau. Also es hat, ich glaube, keine große Heilwirkung, sondern eine aromatisierende Wirkung. Genau, genau. Ich mache das ungern. Doch, und sie haben ja viele schwarze Tees, die man kauft, sie aromatisiert. Richtig, richtig. Melatonin und was weiß ich alles. Richtig, richtig, richtig. Ich würde noch gerne auf die Unterschiede zwischen den Antioxidantien, also ich sage jetzt mal High Level, eingehen. Es gibt ja, ich habe gehört, Melatonin kann auch als Antioxidant angesehen werden. Können Sie nur mal kurz bitte darauf eingehen? Unterschiede zwischen pflanzlich zugenommenen Antioxidantien, vom Körper selbst hergestellten. Gibt es da einen grundlegenden Unterschied? Gut, ich muss einfach sehen, wie zum Beispiel das Glutation ist in jeder Zelle drin. Das ist eine körpereigene Antioxidanz. Auch in großer Menge. Das heißt, für den Normalfall reicht das aus. Auch andere im Körper vorkommen Substanzen, wie das Dopamin, das Serotonin, andere sind auch Antioxidantien. Aber die kommen natürlich nur lokal in gewissen Zellen vor. Aber ich will ja manchmal einen generellen Antioxidanzschutz haben, der für alle Zellen vorkommt. Magen, Darm, Leber, Niere, Hirn. Und da brauche ich neue Substanzen. Und wie gesagt, die am meisten verwendete Substanz ist Vitamin C. Leicht verfügbar, gut herstellbar und wird eigentlich in vielen, vielen Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. An der Stelle vielleicht ein interessantes Beispiel. Da gab es mal einen Nobelpreisträger, Linus Pauling. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Der hat ganz viel Vitamin C genommen, jeden Tag 10 Gramm. Und hat damit postuliert, damit kann man Krebs verhindern. Er ist damals ausgelacht worden. Er hat gesagt, wie soll der Zusammenhang sein? Was soll denn so Vitamin C mit Krebs zu tun haben? Heute sind wir etwas schlauer, weil wir den Mechanismus der reaktiven Sauerstoffspezies kennen, die Mutation auslösen können. Er hat es also richtig verstanden. Gut, Pauling ist immerhin über 90 Jahre alt geworden, dann schließlich doch an Krebs gestorben. Aber er wurde so als Scharlatan dargestellt, was aber nicht wahr. Er war ein Biochemiker und hat den Zusammenhang ganz gut verstanden. Gut, Vitamin C. Wie gesagt, die weiteren Antioxidantien, die in fast allen Nahrungsmitteln vorkommen, sind die Polyphenole. Das sind Flavonoide, das sind Gerbstoffe. Die finden wir nahezu in allen unseren Nahrungsmitteln. Und alles das, was an Nahrungsmitteln bräunliche Färbung aufweist, sind solche Polyphenole. Oder auch wenn Nahrungsmittel, wenn man sie anschneidet, braun werden, denken Sie an Apfel, Banane, das sind alles Polyphenole, die oxidieren. Dann gibt es noch weitere Nahrungsmittel mit Antioxidantien, zum Beispiel Zwiebel und Knoblauch. Also das Allicin da drin ist auch ein Antioxidant. Dann haben wir bei den ganzen Kohlgewächsen, da sind die Senföle drin, Brokkoli. Auch das sind Antioxidantien. Und schließlich noch die Carotenoide, über die wir schon geredet haben, die in Tomate vorkommen, in der Gojibeere vorkommen und in Karotten vorkommen und so weiter. Das sind auch wiederum sehr gut wirksame Antioxidantien. Also die Natur ist reich an Antioxidantien und generell gilt, unsere Nahrung ist reich damit. Vielleicht soll ich erwähnen, dass Chlorophyll, was in allen grünen Salaten ist, auch noch ein Antioxidant ist. Das ist wahrscheinlich eine Gründe, warum grüne Salate so gesund gelten. Also unsere Nahrung, wie gesagt, hat natürlicherweise eine ausreichende Menge an Antioxidantien. Antioxidantien, wenn man sich, wie die Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, gesund ernährt. Gesund ernährt heißt, möglichst viel Gewöse, viel Obst täglich zu sich nehmen. Denn dann habe ich genug von den natürlich vorkommenen Antioxidantien. Und dann sollte ich noch erwähnen, viele Getränke sind reich an Antioxidantien. Also insbesondere, wenn Sie farbige Getränke sehen, also Johannisbeersaft, Aronabeerensaft, Granatapfelsaft, Kirschsaft, Rot oder Wein. Alles das sind vollgepackt mit Antioxidantien. Und die werden ja häufig auch als besonders gesund angepriesen. Also da ist die nächste Quelle, wo wir uns mit Antioxidantien versorgen. Also ich glaube, das ist natürlich einleuchtend, dass durch eine ausgebogene Ernährung, dass man da von allen, ich sage jetzt mal, Stoffen ausreichend hinzubekommt. Kann es aber unter Umständen auch Sinn machen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen? Wenn man weiß, ich bin jetzt auf Reisen, da kann ich jetzt nicht so gesund mich ernähren die nächsten Tage. Kann man das irgendwie supplementieren oder ist das eher schwierig? Also ich bin nicht generell gegen Nahrungsergänzungsmittel. Also wenn die Ernährung, sagen wir mal, nicht sehr einfallslos ist, aus welchem Grund auch immer, Mensa essen oder im Krankenhaus oder was immer, dann ist es durchaus sinnvoll mit Antioxidantien, also mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das ist im Wesentlichen, sind es Vitaminpräparate, aber auch sehr häufig Antioxidantien und ein paar Mineralstoffe dagegen zu steuern. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Nur generell sollte die Empfehlung sein, erst mal versuchen, sich zu genut ernähren und dann in der zweiten Linie Nahrungsergänzung. Aber tatsächlich, sprich nicht dagegen, in Mangelsituationen dazu zu greifen. Jetzt kommt natürlich immer die Qualität an. Das ist natürlich auch da entscheidend. Nicht jedes Präparat, auf dem Antioxidant draufsteht, ist, hat es auch. Da muss man etwas genauer hinschauen. Heute sieht man das am Preis. Also wenn alles zu günstig ist, ein Nahrungsergänzungsmittel, ist es schon verdächtig. Okay, verstanden. Jetzt habe ich natürlich auch als Sportler ein paar Fragen. Also mich plagen ab und zu mal Knieschmerzen. Okay. Wenn Sie das jetzt so hören, gibt es natürliche Antioxidantienmittel, die vollgepackt sind mit Antioxidantien, die genau in diesem Kontext, ist natürlich jetzt zu grob gesprochen, Knieschmerzen sehr allgemein. Aber haben Sie da ein paar Sachen parat, wo Sie sagen können, ja, das können wir nehmen? Das geht ja schon wieder um das Thema, jetzt mehr über Arzneipflanzen und Heilpflanzen. Es gibt also eine traditionelle Arzneipflanze, die schon unsere Vorfahren eingesetzt haben bei Entzündungen und Schmerzen. Das ist die Weidenrinde. In der Weidenrinde gibt es Substanzen, die ähnlich wirken wie Aspirin, oder wie Diclofenac. Also die inhibieren den Prozess, der zu Schmerzen und der zur Entzündung führt. Nur in der Weidenrinde sind es andere Substanzen, die weniger aggressiv sind und deshalb besser verträglich sind. Also auch für die Langzeiteinnahme. Also wenn man, also Sportler ich, kann durchaus sinnvoll sein, einen Tee zu kaufen, kann man Fertigpräparate kaufen, aus Weidenrinden hergestellt, der standardisiert ist. Damit hätte ich also sowohl einen Entzündungshemmer, denn die Schmerzen kommen meistens durch die Entzündungsprozesse zustande, und gleichzeitig auch den Schmerz selbst. Das wäre zum Beispiel ein Mittel. Ein anderes Mittel kommt aus Afrika, das ist die Teufelskralle. Die macht sehr ähnliche Wirkungen mit anderer Substanz. Also in der Weidenrinde sind es Salicylsäure-Derivate, also ähnlich wie bei Aspirin. In der Teufelskralle sind es sogenannte Iriduit-Glykoside, die aber ebenfalls am selben Tag, am selben Zielort im Körper wirken. Superinteressant. Und wenn sie aktive Schmerzen haben, manchmal hilft auch einreiben mit einer Creme aus Capsaicin, also aus dem Paprika gewonnen, scharfschmeckende Substanz, aber gleich sehr auf die Haut aufgetragen wird, ist auch Schmerzhemmend und Entzündungshemmend. Auch noch eine Möglichkeit. Herr Wink, ich glaube, ich würde gerne nochmal über das Thema Heilpflanzen nochmal in einem separaten Podcast mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, da kann man echt nochmal tief reingehen. Aber was ich mich trotzdem noch in diesem Kontext gefragt habe, wir haben ja diese ganzen Superfoods, die als Superfoods angepriesen werden, Goji-Bären und so weiter. Was ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt aus einem, ich sage jetzt mal, geografischen Kreis komme, wo solche Pflanzen, Obst und so weiter gar nicht in meinem natürlichen Umfeld gewachsen sind und ich die auf einmal in Unmengen zu mir nehme. Hat das Einfluss auf meinen Organismus? Jein. Also erstmal muss man sagen, die Wirkstoffe meiner Acai-Beere, das sind Anthuziane, dieselben haben sie auch bei uns in der Blaubeere drin. Also chemisch gesehen ist die Acai-Frucht nicht viel anders, als das, was wir bei uns auch haben. Und auch bei der Goji wäre die Carotinoides nicht sehr viel anders, als das, was wir bei uns in der Hagebutter auch hätten. Also chemisch gesehen ist das für den Körper nichts Neues. Also das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied aus. Okay. Also nur die Frage ist, muss man unbedingt seine Nahrung irgendwo aus Südamerika oder aus China herbeischaffen, wo wir es vor der Haustüre hätten. Denn zum Beispiel die Blaubeeren wachsen bei uns und die Brombeeren wachsen bei uns und die Kirschen und Granatäpfel sind europäisch. Man könnte es auch damit genauso machen. Also es ist kein, aber natürlich die Lebensmittelindustrie will Umsätze generieren und immer was neu ist, gilt das interessant. Wenn es also heißt, wir haben da jetzt eine Palme aus Brasilien, die eben von den Einheimischen als besonders wirkungsreich genannt wird, hat das ein gutes Erfolgsverkaufsargument. Es wird aber nicht gesagt, Leute, es handelt sich um dieselben Wirkstoffe wie bei uns hier in der Blaubeere. Das verstehen sie nicht. Und so ist es natürlich mit anderen Dingen aus. Je exotischer, desto interessanter ist es für die Werbung. Absolut. Nur wenn man dann genau nachschaut, was es denn ist, dann stellt man fest, es ist eigentlich keine besondere Innovation. Und wir reden über dieselben Wirkstoffe. Und deshalb können sie auch aus Europäern natürlich auch eine südamerikanische Pflanze essen. Aber die Frage, was können, vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, was können alle diese Nahrungssubstanzen bewirken? Sie können nämlich unser Mikrobiom beeinflussen, also unsere Zusammensetzung der Mikroorganismen im Darm, die wiederum für viele Krankheiten oder Gesundheit entscheidend sind. Also das ist wahrscheinlich auch noch ein ganz wichtiger Angeln- und Drehpunkt für viele der Inhaltsstoffe aus Pflanzen, Beeinflussung des Mikrobioms, über das wir aber noch ganz wenig wissen. Aber es deutet sich an, als wäre das auch noch eine spannende Ecke. Denn natürlich sind diese Antioxidantien bewirken auch eine Selektion bei den Mikroorganismen im Lagen-Darm-Trakt. Die Neopiele von denen sind nämlich auch antibakteriell. Sie wirken auch da ein wenig selektiv. Könnten Sie bitte noch mal ganz kurz auf das Thema Mikrobiom eingehen? Ja, Mikrobiom. Also wir wissen ja, wir leben nicht allein, sondern wir beherbergen hunderte von Milliarden Bakterien, Pilzen, Barbieren. Insbesondere unserem Darmtrakt, im Mitteldarm und Enddarm helfen diese Bakterien beim Abbau unserer Nahrung. Also das heißt, deshalb reden wir auch von Symbionten, also von Helfern. Und ohne Bakterien könnten wir eigentlich nicht gescheit leben. Das heißt, die sind mitentscheidend dafür, dass es uns gut geht. Aber es gibt natürlich ganz viele Bakterienarten. Es gibt einige, die pathogen sind oder schädlich sind. Und wenn die Oberhand gewinnen, dann haben wir alle möglichen Magen-Darm-Erkrankungen. Und andererseits gibt es einige, die als gut gelten. Also in allen Fallen die Milchsäurebakterien, die für ein Gleichgewicht sorgen, die für die Verdauung wichtig sind und so weiter. Zum Beispiel Milchsäurebakterien bauen, die Laktose ab und anderes mehr. Also es gibt eine Menge Dinge, die wichtig sind, aber das ist ein ganz spannendes Feld, was gerade in den letzten zehn Jahren erst untersucht worden ist. Wir wissen jetzt überhaupt, welche Bakterien vorkommen können, in welcher Menge. Und wir ahnen, dass sie an allen möglichen Gesundheitszuständen von Bedeutung sind. Ob wir uns wohlfühlen, ob wir eine Depression kriegen, ob wir krank werden. Also das ist ganz spannend. Und da kommt jetzt die Nahrung zu, eben die Sekundärstoffe, die wiederum darauf einwirken. Aber natürlich auch die Antibiotika, die wir regelmäßig nehmen, beeinflussen das Mikrobiom ganz entscheidend. Vielleicht in sehr negative Weise. Verstanden. Herr Prof. Dr. Wink, ich könnte mich noch lange unterhalten. Das Problem ist nur, ich kann mir nicht alles merken. Ich muss den Podcast nochmal durchgehen, mir ein paar Notizen machen und dann werde ich mit Fragen, wenn es in Ordnung ist, nochmal auf die Ziele kommen. Ja, das ist super nett von Ihnen. Ich wollte eigentlich auch nochmal auf das Thema Heilpflanzen eingehen, aber ich denke, das sprengt den Rahmen hier. Also wenn es in Ordnung wäre, komme ich da nochmal. Ja, ich würde sagen, das Thema Heil- und Arzneipflanzen ist nochmal ein Thema für sich selbst. Ja. Die Antioxidantien ist ja nur ein Teilaspekt aus dem großen Rahmen. Und wir hatten ja schon mal eingeführt, hat alles damit zu tun, dass die Pflanze irgendwann angefangen hat, Wirkstoffe zu machen, um sich zu schützen. Und letztendlich ist die Kunst der Heilpflanzennutzung, diese Wirkstoffe gezielt einzusetzen. Das haben unsere Vorfahren gemacht, da haben wir ganz viel empirisches Wissen, was bei welchem Bewegchen was macht. Und die Aufgabe des Wissenschaftlers, also das, was ich in meiner Forschung gemacht habe, ist herausgekommen, wie geht das? Welche Substanz wirkt an welchem Zielorganell, an welcher Zielstruktur im Körper und wie kann es den Körper beeinflussen, im Positiven, im Negativen? Also das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, aber ich habe 40 Jahre damit zugebracht und über 1000 Beber drüber geschrieben. Aber wir können das gerne vertiefen. Das ist super, das ist super. Ich habe da natürlich auch noch ein paar anderen Fragen, ich habe es Ihnen vor Ort gesagt, ich wollte mal ganz kurz auf das Thema Safran-Berber-Witzen eingehen. Das sind so Sachen, die wir klassisch bei uns in der persischen Küche benutzen. Können wir das natürlich noch jetzt unterbringen. Ja, genau, Safran kann ja unter Umständen giftig sein. Safran ist in der iranischen Küche, ein Gewürz, seit vielen tausend Jahren bekannt. Ist auch ein Antioxidant. Es wirkt anti-infektiv. Das sind so die etwas eher banalen Punkte. Aber warum Safran so beliebt ist, es gilt seit altes her, ist Aphrodisiaco. Das ist der Hauptgrund wahrscheinlich, warum es in allen Kulturen als besonders geschätzt wird. Und dann ist es sehr selten, teuer herzustellen. Es müssen halt die entsprechenden Blättchen da aus dem Krokus gesammelt werden. Sehr mühsam. Also der weitere Punkt ist es teuer. Aber ich glaube, der Hauptpunkt, warum es so berühmt ist, es gilt in allen Ländern, insbesondere im Mittelmeergebiet, aber auch im Mittleren Osten als Aphrodisiaco. Da wird nicht drüber geredet, aber das ist sicherlich einer der Gründe, warum man es einsetzt. Das glaube ich. Was ich aber in Ihrem Buch gelesen habe, was mich super überrascht hat, es ist sogar in größeren Mengen giftig. Gut. Also tödlich giftig sogar. Es ist tödlich giftig. Eine größere Menge wirkt es abortiv. Also das ist auch ein weit großes Thema in der Arzneipflanzenkunde. Früher hat man Familienplanung dadurch durchgeführt, indem man abortiver gegeben hat. Da wird heute nicht mehr drüber geredet. Und Safran gehörte tatsächlich zu den Substanzen, die in höherer Dosierung zum Abort führen konnten. Wow, okay, krass. Da versteht man den Mechanismus relativ gut. Immer wie eine Frage der Dosierung, wenn ich zu viel davon gebe, kann es auch eine Zeltöteneigenschaft aufweisen. Krass. Ja, manches, was harmlos klingt, ist vielleicht doch etwas vielschichtiger. Ja, ja, genau, genau. Das ist tatsächlich so. Ich hatte nach dem Durchlesen Ihrer Bücher eher den Eindruck, dass ich noch weniger verstanden habe. Also das meine ich gar nicht negativ, sondern wie viel eigentlich da Wissen noch lagert, was man erstmal durchdringen muss und verstehen muss. Ich meine, das ist das Tragische dran. Das Wissen über Arzneipflanzen, die Anwendung verschwindet. Weil wir alle in einer modernen Welt groß werden, indem wir nur noch in die Apotheke gehen und unsere Pillen kaufen. Und gar nicht mehr wissen, was die Natur alles auf Lage hat. Zumindest in unserem Kulturkreis. Wenn Sie nach Asien gehen, ist es noch ziemlich anders. Da ist man sich noch viel bewusster, dass es da noch vieles mehr gibt. Ayurveda-Medizin, die chinesische traditionelle Medizin, die kennen das Thema noch deutlich mehr als wir. Aber selbst auch in Mitteleuropa und auch im Mittleren Osten ist das Thema Arzneipflanzen immer noch da. Aber unser Wissen ist gering. Das ist jammerschade. Und natürlich von der Wissenschaft her ist es ein sehr kompliziertes Thema. Es muss einmal ein Chemiker sein, um die ganzen Substanzen zu isolieren, die Strukturen zu bestimmen, es muss Pharmakologe sein, um deren Wirkung zu erkennen. Und jetzt kommt noch hinzu, in so einer Pflanze ist nicht nur eine Substanz drin, sondern viele Substanzen drin, aus verschiedenen Klassen. Die machen also nicht nur eine Wirkung, sondern viele Wirkungen. Und manchmal steigern sich die Wirkungen. Wir sprechen von einem Synergismus. Und das sind so ganz spannende Themen, die wir mit solchen Multikomponentensystemen vorliegen haben, die aber noch erst zu erforschen sind. Denn traditionell weiß man, wie die Pflanze geht, funktioniert. Aber man weiß nicht, weshalb. Und die Wissenschaft ist jetzt dabei, herauszufinden, warum, wenn man A und B zusammentut, warum gibt es dann mehr, als wenn ich nur eine Einzelsubstanz gebe. Denn in der klassischen Medizin, in der Schulmedizin, gibt man Einzelsubstanzen im Regelfall und keine Gemische. Denn die Natur hat immer auf Gemische gesetzt. Das sind auch unterschiedliche, sagen wir, evolutionäre Strategien im Hintergrund. Das sind alles Themen, die man behandeln muss, wenn wir über Zwei-Pflanzen reden. Also ganz spannend. Also wenn man nicht nur sagt, die Pflanze X wirkt bei Kopfschmerzen, sondern die fragt, was ist da drin und welche Komponenten könnten denn jetzt funktionell von Bedeutung sein. Wir wollen ja rational erklären, dass das kein Hokus-Pokus ist, sondern wir wollen wissen, Substanz A greift an den Rezeptor B an oder an den Schmerzrezepten. Und deshalb funktioniert das Ganze. Das ist so ein Ziel der Forschung. Superspannend und interessant. Ich komme da definitiv nochmal auf Sie zurück. Ich denke, das ist wert, nochmal ein eigenes Thema zu behandeln. Herr Prof. Dr. Wink, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ich habe ein paar Hausaufgaben. Ich muss das nochmal durchgehen. Ja, viel Spaß. Ich komme mit Fragen nochmal auf Sie zurück. Bis hoffentlich bald wieder. Vielen Dank. Gerne Geschäft. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.